Wird alle Tage schöner in diesem Jammertal. Wer heut noch nicht verrückt ist, der ist nicht ganz normal. Doch wenn auch manches heute die Sinne uns verwirrt, gibt's Gott sei Dank noch Leute, die sagen unbeirrt, es geht vorwärts, es geht vorwärts. Wir leben in gleicher Weise seit zwei, drei Jahren schon. Zuerst da steigen die Preise und nachher steigt der Lohn. Dann steigen die Preise heiter, dann steigt der Lohn im Nu. Dann steigen die Preise heiter und so jetzt immer zu. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Damit beim Steuerzahlen kein Irrtum mehr passiert, wird jeder Steuerzahler jetzt strenge kontrolliert. Auf jeden Steuerzahler, da kommt ein Kontrolleur, du zahlst vielleicht zehn Taler und 20 Stück kriegt her. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Die Post ist auf dem Posten, hat fünf für schweres Geld. Und Briefe und nette Päsche zugleicher Zeit bestellen. Der Brief ist ausgetragen, ganz fünftig laut Programm. Und später nach drei Tagen kam auch das Telegramm. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Jetzt wohnt in mancher Wohnung nicht alles beieinander. Wir und Jüngling, da eine Jungfrau, die werden schnell bekannt. Das Herz kennt keine Schonung, weil gibt es ein Malheur. Dann ist dieselbe Wohnung noch voller wie vorher. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Was hat die heutige Jugend für Sorgen mit dem Kampf? Bockstrottel und so weiter, in höchster Eleganz. Sie stehen wie zwei Stöcke, sie rühren kaum ein Glied. Kommt scheinbar nicht vom Flecke, bis dass man endlich sieht. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Man hat heut wenig Freude an Kunst und Wissenschaft. Nur Ringkampf gibt's und Boxen, heut liegt die rohe Kraft. Nur dafür herrscht Interesse. Und wer dagegen heut, der kriegt eins in die Visage. Da weiß er gleich Bescheid. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Die Kleider unserer Damen sind jetzt erfreulich kurz. Die Röcken von so einem Mädchen sind kürzer wie ein Schuss. Die Mädchen von so einem Kindchen erfreuen uns doch sehr. Und weht mal ein Windchen, da freuen wir uns noch mehr. Es weht vorwärts, es weht vorwärts. Heißt, oft wird alles billiger, doch fährst du mal wohin? Da zahlst du für die Rückfahrt schon mehr als beim Beginn. Jüngst hatte ich eine Attacke, da war ich beim Friseur. Der sprach die zweite Backe, die kostet schon wieder mehr. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Doch trotzdem nicht versagen, von Zeit, dann kommt auch Rat. Muss aus der Kinderkrankheit, erst raus, der junge Staat. Das Reich muss sich erneuern, ein Führer muss verrannt. Wir brauchen nicht bloß steuern, nein, auch einen Steuermann. Dann geht's vorwärts, dann geht's vorwärts. Dann geht's vorwärts. Vielen Dank.